Dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Wir loben Allah Azza wa Jal, dem Schöpfer aller Dinge, Allah Azza wa Jal, dem Herrn der Menschen, dem Gott der Menschen, dem König der Menschen. Ihn bitten wir um Vergebung und zu ihm suchen wir Zuflucht. Ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit auf dieser Welt gibt, die das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah Azza wa Jal, außer Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist, sallallahu alayhi wa sallam. Unser Prophet, alayhi salatu wa sallam, dessen Befolgung eine Pflicht ist. Der Gesandter, sallallahu alayhi wa sallam, ist nicht hier gewesen auf dieser Erde, damit wir ihn als Märchen behandeln. Von denen erzählen, aber nicht von denen lernen. Denen erwähnen, aber denen nicht folgen. Denen lieben, aber nichts umsetzen. Der Gesandte Allah, alayhi salatu wa sallam, war das beste Vorbild. Und wird das beste Vorbild bleiben bis Jawm al-Hisab, bis zum Tag der Abrechung. An dem Tag, liebe Geschwister, wo jede Seele sehen wird, was sie gemacht hat. Was sie gebracht hat, ob gut oder schlecht. So wie Allah sallallahu alayhi wa sallam sagt in seinem Buch, Geschwister im Islam, es gibt eine Angelegenheit zwischen uns Muslime, die sehr, sehr wichtig ist. Und die außer Acht gehalten wird. Man beachtet das nicht. Man schaut darauf nicht. Man vergisst das viel zu schnell. Etwas eigentlich, was in meiner Brust brennt und ich nicht verstehe, warum wir es nicht ablegen. Ihr sollt wissen, wenn man zu euch spricht, ich erwähne mich selbst. Ich ermahne mich, ich rede über mich und du sollst für dich dich angesprochen fühlen. Wir müssen wissen, dass alle Taten eine Rolle spielen. Wir haben das Zentrum der Versen gehört im Koran über Taten. Das war in Surat Sal-Sala, was wir gerade zitiert haben. Das ist das Zentrum aller Taten. Wir werden alles sehen. Einmal kam ein Sahabi, liebe Geschwister, und dieser Hadith ist bei Al-Bukhari. Kitab al-Iman. Das Buch des Glaubens kann man so übersetzen. Iman, Glauben, verinnerliche. An Abim Musa, radiallahu an, قال, Ya Rasulullah, Ayyul Islami Afdal. Musa, radiallahu an, Abim Musa, radiallahu an, fragte, oder sagte, wir fragten den Gesandten, Sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul Islami Afdal. Welcher Islam ist der bevorzugte? Der Hadith bei Sahil Muslim heißt, Ayyul Muslimuna. Ayyul Islami Afdal. Das ist dasselbe. Von der Ma'an daselbe. Der Gesandte, Sallallahu alayhi wa sallam, kala, man salima al-Muslimuna min lissanihi wa yadihi. Derjenige oder der Islam und der Muslim, die Muslime schützt vor seiner Zunge und seiner Hand. Ungefähr selbe Hadith, der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, sagte, al-Muslimen salima al-Muslimuna min lissanihi wa yadihi. Der Muslim ist derjenige, der die Muslime schützt vor seiner Zunge und seiner Hand. Hier wird eine Sache angesprochen, liebe Geschwister, wenn ihr die Erklärung dieses Hadiths hörst, eine Sache, die bezieht sich auf dein Iman, Wajib. Diese Sache ist Pflicht für uns Muslime. Das heißt, wir müssen den Muslim schützen von unserer Zunge und unserer Tat. Weil der wahre Muslim ist derjenige, der die Muslime schützt vor seiner Zunge und seiner Hand. Warum hat der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam, als er gefragt wird, welcher Islam ist bevorzugt, hat er nicht gesagt, liebe Geschwister, warum hat er die fünf Säulen nicht aufgezählt? Weil er kannte den Zustand der Menschen, die gefragt haben. Der, der gefragt hat, der wusste, was das ist. Er weiß, dass der Islam basiert auf fünf Säulen. Also sagte der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam, das, was wir brauchen, eine Sache, die nennen wir im Arabischen Muammala. Umgang. Der Umgang untereinander ist einer der wichtigsten Punkte, der uns zeigt, obwohl du das bringst, was Islam ist, du durchfallen kannst. Weil, der Islam baut auf fünf, das Gebet, das fast im Monat Ramadan, das Zekr, einmal im Jahr und das Hajj einmal im Leben. Das ist der Islam. Wer das macht, der geht ins Paradies, gehen wir die Überlieferung. Jetzt kommen die Sahabah, liebe Geschwister zum Propheten Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam und sagen, es gibt eine Frau, sie betet fünfmal am Tag und sie betet auf freiwillig. Sie fastet im Monat Ramadan und sie fastet auf freiwillig. Die macht noch mehr als das. Sie macht ihr Zekr und sie macht noch mehr als das. Sie pegert und sie macht noch mehr als das. Aber sie redet schlecht über Leute, die um sie herum sind. Sie redet schlecht über ihre Nachbarn. Sie behandelt die Menschen, ihre Muammala, ihr Umgang mit den Menschen nicht schlecht. Der Gesandte, Sallallahu alayhi wa sallam, sagt, es ist kein Heir in ihr, und sie ist im Feuer. Sie bringt alle fünf Säulen. Sie bringt alle fünf Säulen. Und mehr als das, nicht nur Fajr und Duhur und Asr und Maghreb und Eschar, auch Qiyam al-Lay, auch Salat al-Wutr, auch Salat al-Duhar, alle diese freiwilligen Gebete, nicht nur Zekr 2,5 Prozent, sie spendet sie fastet extra, Montag, Donnerstag. Aber sie vergisst eine Tat. Sie schützt die Muslime nicht vor ihrer Zunge und ihrer Hand. Der Gesandte, Sallallahu alayhi wa sallam, sagt in einem Hadith bei Al-Bukhari, was ist Muflis? Er fragt die Sahaba, was ist Al-Muflis? Die Sahaba radiyallahu anhum sagen, Al-Muflis ist derjenige, was der Bankrotz, der hat kein Dinar und kein Dirham in seiner Tasche. Jemand, der Bankrotz, wenn du jemanden aufhörst, ich warte, der wird dir das so sagen. Verlass er an, jemand, der alles verloren hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagt, nein, in unserer Religion ein Muflis ist derjenige und jetzt zuhören, er kommt am Yom al-Qiyama mit Jibbalu Hassanat, nicht ein Berg, Al-Jabbal, Jibbalu Hassanat, Berge von guten Taten. Er steht vor Allah azzawajal, Berge von guten Taten. Qiyama al-Layl, spenden, hajj, umrah, geben, nehmen, anstrengen, beten, Sujud, alles, ja nicht Berge von guten Taten. Und die Menschen kommen zu ihm und verlangen ihr Recht und sagen, er hat mir Unrecht getan. Er hat über mich geredet, er hat mich betrogen, er hat mich schlecht behandelt. Also muss jetzt ausgeglichen werden. Am Yom al-Qiyama gibt es kein Dinard und kein Dirham und kein Dollar und kein Euro. Du kannst nicht deinen Hack nehmen oder du kannst nicht meinen Hack mir geben, in dem du zahlst. Es gibt zwei Währungen, achi. Hassanat und Sayyed. Es gibt gute Taten, schlechte Taten. Damit zahlst du am Yom al-Qiyama. Ich komme, ich will meinen Hack. Entweder du gibst mir deine guten Taten oder ich gebe dir meine schlechte. Er gibt ab. Und die Menschen kommen und kommen und kommen und er gibt seine Taten ab. Alle seine Qiyama und Sujud gibt er ab. Seine Spenden gibt er ab. seine Pilgerfahrt gibt er ab. Aber es kommen immer noch Menschen, er hat keine Berge mehr. Sie sagen, wir wollen unser Hack und Allah am Yom al-Qiyama macht alles gleich, achi. Es wird jetzt gleich schon gemacht, es wird alles geregelt. Auf dieser Erde kannst du abholen. Du kannst hier abholen, das Hack der Menschen nehmen. Aber am Yom al-Qiyama gibt es nicht, es wird gezahlt. Menschen kommen immer noch. Er hat kein Hassanab mehr. Also geben die Menschen Sayyed, bitte, nimm meine schlechte Taten. Er hat mir Unrecht gemacht, nimm mein Betrüger. Er hat mir Unrecht, nimm mein Schimpfen. Er hat mir Unrecht gemacht, nimm mein Klauen. Nimm meine Falt. Nimm das, was ich schlecht geguckt habe. Nimm das, was ich schlecht gesagt habe. Nimm, nimm, nimm. Nimm meine Taten. Jeder gibt ihm schlechte Taten, bis der Berge, Jibalus Sayyed, bis der Berge von schlechten Taten hat und er geht ins Feuer. Was hat er nicht aufgepasst? Ayyul Islamu Afqal. Man salima al-Muslimunen min lisanihimu ayyadi. Der Umgang, wie ist der Umgang untereinander, Brüdern und Schwestern? Wie gerne essen wir Fleisch von Brüdern und Schwestern? Wie gerne tun wir ihnen Unrecht? Wie gerne reden wir über diese Leute? Ein Bruder erzählt von einem Bruder? Wir müssen das Schlechte in diesem Bruder sehen. Das Schlechte erwähnen. Den runter machen. Schlecht machen. Und wir reden von einer Umma. Wir predigen die Leute, der Islam ist eine Umma. Wir sind alle Geschwister. Wir sind alle Brüder und Schwestern im Glauben. Aber handeln wie Feinde. Weil wir denken, das ist kein Problem. Weil wir denken, das ist kein Problem. Ich kann über die Leute reden. Ach so, was soll passieren? Bruder, wenn du deinem Bruder etwas wegnimmst, was denkst du, wie viel Staubkörner Schlechtes darin ist? Wenn du alles Schlechte sehen würden am Yomel Nkiyama, Staubkongröße, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Hund, was denkst du, was du bekommst? Denkst du, das ist keine Strafe bei Allah, wenn du ihn vielleicht noch schlimmer beleidigst, seine Mutter, Vater, was auch immer für Beleidigung. Wir sind in einem Masjid, ich kann dir das nicht sagen, aber ihr wisst, was wir sagen. Das ist doch so, Bruder, jetzt. Soll ich das in einem Masjid, der geht nicht, Bruder, kann ich nicht. In dem Hund ist das Minimum so. Alles andere könnt ihr euch selber überlegen und kennt. Bruder beleidigen sich, Bruder begehen sich Unrecht, Bruder lästern voneinander, lügen voneinander, nehmen voneinander ihr Recht, betrügen sich gegenseitig, handeln schlechterlich. Es ist traurig, dass wir das sind, der Umma des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam siehst. Ich kann das nicht mehr hören, wenn Leute mich, Abu Aliyah, Bruder Abdelhamid, ja, aber ich habe ein Video von früher. Allah schickt mir nicht solche Nachrichten. Ich kann das nicht mehr sehen, Bruder. Bruder, was willst du von mir? Ich habe gesehen, er hat früher ein Video gemacht und Achri, lass mich in Ruhe. Muss er von dir Tauber machen, der Bruder, oder was? Muss ich jetzt jeden Bruder holen, der es schlecht gemacht hat, den holen, der muss vor dir bezeugen, dass er etwas bereut hat? Allah ist der vergibt und nicht du. Was sind die Menschen los? Was wird uns los? Warum müssen wir über Leute urteilen? Und wo hat er gelernt? Wo hat er gemacht? Ja, Selimi, wo hast du gelernt? Kannst du nicht mal und wo hat er gemacht? Kein Arabisch, der ist Kefil. Fürchte deinen Herrn. Der ist Muzin, der ist das, der ist Mugtedir. Ich höre die sagen, der ist Mugtedir, wer ist Mugtedir? Achri, Was redest du da? Du weißt das Wort Bitter nicht mal, was es bedeutet. Geschweige, wenn überhaupt dein Wort Arabisch aus deinem Mund kommt. Aber wie zu über Brüder urteilen? Hast du nicht gehört, was wir gesagt haben? Wirst du ein Muflis werden? Willst du am Yomel Qiyama, derjenige wird kommen und er wird sein Recht holen. Er wird sein Recht am Yomel Qiyama, wenn du Jahannam siehst, du wirst dein Recht holen kommen, Achri. Wenn ich das Höhlenfeuer sehe, ich werde suchen, wer hat mir was Unrechtes getan? Ach, du hast über mich geredet? Du hast gesagt, ich habe mich gelernt und ich predige. Komm mal her, Bruder. Jetzt gibst du mir deine Taten oder ich gebe dir meine Schlechten. Glaub mir, ich habe genug. Ich habe genug. Ich kann wechseln, Achri. Kein Problem. Ich wechsel dir. Wir machen das schon. Anstatt das Gute in einem Menschen zu sehen, suchen wir einen Fehler. Such. Ein Bruder kann einen Fehler haben. Wir werden ihn auseinandernehmen. Und nicht aktuell ein Fehler in Vergangenheit. Das heißt, wir dürfen keine Fehler begehen. Ja, Bruder, wenn das so ist, dann dürfte keiner reden. Geht nicht. Wer kann aufstehen und sagen, ich habe keinen Fehler, außer einer, der jetzt ein Clown ist. Wer es jetzt machen würde, der ist ein Clown. Weil jeder weiß, was in seinem Brust steckt, Achri. Du kennst doch deine Sünden. Aber kann ich dich abschreiben? Weil du Fehler gemacht hast, soll ich dich abschreiben? So waren diese Haber, so waren unsere Vorfahren, das wurde uns beigebracht. Das ist falscher Umgang miteinander. Das ist Unrecht und aufeinander. Wir müssen jetzt kapieren, dass diese Angelegenheit sehr wichtig ist. wie du mit den Mitmenschen umgehst, mit deinem Bruder und deiner Schwester, wenn du ihn selbst bei in Fehler, wenn du ihn siehst, wie du handelst. Weil du hast gehört, Achri, manche haben gebetet und gemacht und getan, aber weil sie falsch miteinander umgegangen sind, haben sie sich das Feuer geerntet. Darum hat der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam diesen Sahabi so geantwortet. Weil er sagt dir durch diesen Hadith, auch wenn du alle fünf Säulen bringst, kannst du in die Hölle kommen. Wenn dein Charakter einfach für den Eimer ist. Wenn deine einzigste Aufgabe ist, über andere zu reden. Wenn deine einzigste Aufgabe ist, über andere zu urteilen, aber über dich selbst nicht. Wenn nur alle sehr kritisch betrachtet, aber auch über dich selber wegschaut. Weil keiner stellt sich hier hin und sagt, ich bin perfekt. Das kann keiner machen. Wenn wir uns eine Oma nennen, müssen wir wie eine Oma handeln. Wenn wir uns Brüdern und Schwestern nennen, müssen wir auch so handeln, sonst sollen wir uns nicht so nennen. Sonst brauchen wir uns nicht so nennen. genauso wie du in deiner eigenen Familie für deine Geschwister, und ich hatte das im Ramadan gesagt, für deine Geschwister Ausreden suchst, wenn die Fehler begehen und ihnen verzeihen kannst, so musst du das untereinander auch machen. Aber ich verstehe nicht, warum uns das so schwer fällt, warum fällt uns das so schwer, auch in der Oma, wenn mein Bruder einen Fehler macht, oder wenn mein Bruder gerade schwach ist, oder, 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 dass ich sage, komm, ich helfe dir, ich helfe dir da raus, ich versuche dir was gut, aber nein, warum, hast du gehört, sie hat so gemacht, hast du gehört, sie hat so gemacht, hast du gehört, die Schwester hat Kopf so rausgezogen, hast du gehört, sie hat so gemacht, der war in Shisha-Bar, der war so, ich hab den, der hat geraucht, hör auf, ich will das nicht wissen, Bruder, geh und hol ihn da raus, genau wie als ein Imam befragt worden ist, was ist das Urteil über jemanden, der nicht betet, er hat gesagt, das Urteil über jemanden, der nicht betet, ist, dass du dahingehst und ihn wieder in die Moschee holst, dass er betet, anstatt dass du dir Gedanken machst, ist er jetzt ein Muslim, ist er keines, ein Fersik, ist er das, achi, hol ihn zurück, dass er betet, wir wollen doch für, ich will für mich Paradies, ich will für dich Paradies, bei Bukhari, achi, Hadith 11, was wir gerade gelesen haben, Hadith 13, an der Nabi, von Anas, radiyallahu anh, la yukminu ahadukum, hatta yuhibba li achihima yuhibbulinus, fertig, keiner ist eher gläubig, soll sich nicht gläubig nennen, bis er nicht für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt, liebst du Vergebung, liebe für ihn Vergebung, liebst du für dich Paradies, liebst du für ihn das Paradies, liebst du für ihn Ibadah, für dich Ibadah, liebe für ihn Ibadah, willst du Entfernung von Sünden, liebst du das auch für ihn, das ist wahre Liebe untereinander, nicht ich, du hast einen Fehler gemacht, und ich tu dich dann sofort, papp, etikettieren, ah, der ist so, nein, nein, ich hole dich, ich helfe dir nach raus, es kann mir genauso passieren, Brüder, es kann jedem passieren, das ist das Problem, was wir nicht verstehen, bis die Klatsche kommt, wir müssen die Hand reichen können, füreinander, weil es bringt, wir sind jetzt die große Anzahl, und sagen, boah, Allahu Akbar, wir sind so viele, was haben wir davon, wenn wir Schaum handeln, was habe ich davon, wenn wir erzählen und erzählen, aber wenn der Islam verlangt wird, als das nicht da ist, was habe ich davon, sag mir Brüder, wir sind keine Theoretiker, wir bauen keine Theorien auf, wir erzählen diese Hadithe nicht, damit du sagst, Allahu Akbar, MashaAllah, wir machen ein Naschid, und einen Naschid und diese Foto, oh, boah, krass, like, like, super, wir teilen das Weite, schluss in meinen Status, bring mir nix Bruder, mach das nicht in deinen Status, mach das in dein Leben, poste nicht, mach das nicht in den Status, manche Brüder kommen, wo kann ich dich markieren, markier mich nicht Bruder, was soll markieren, ja, ich bin 1983 geboren, was soll markieren Bruder, bitte Bruder, für manche Tatnetze früher Schelle bekommen, ja, was soll markieren, nimm das, praktiziere es, setze es um, es, Arre du, es bringt nix, wenn es hier drin ist, in deinen Status, wenn wir es nicht umsetzen, es bringt mir nix, es bringt uns allen nix, hast du diesen Hadith gehört, setze ihn um, sag okay, das ist der beste Islam, ich schütze jetzt die Muslime vor meiner Zunge und meiner Hand und ich passe auf, wie ich mit ihnen umgehe und wie ich die Menschen anschaue und wie ich ihn grüße, wie ich zu ihnen bin, wie ich bin, wenn er falsch macht, wenn er alles, habt ihr es noch nie gehört, habt ihr es noch nie gehört, dass manche Beschwerden, ja, ich gehe nicht in die Masjid, weil manche sagen, die Leute reden über den und so, woher kommen diese ganzen Sachen, weil wir falsch handeln, ich kenne einen Bruder, achi, einen Bruder, des praktizieren, bevor er praktiziert, er sagt, ich bin in die Masjid gegangen und ich habe meinen Sohn mitgenommen, die fliegt da nicht raus, halt, ich weiß, der sagt, ich habe meinen Sohn mitgenommen und dann geht da ein Bruder zu ihm und sagt zu dem, warum hast du deinen Sohn dabei, sagt er, ja, woher ich mit mir, sagt er, deine Frau ist Dingschef bei dir, hat dir ein Kind so aufgedrückt, der sagt zu mir, Bruder, ich bin nicht mehr in diese Masjid, das hat ihn so gekränkt, weil er zu mir gesagt, ach, deine Frau hat dich gezwungen und du bist zu Hause kein Mann und so, der sagt zu mir, Bruder, ich bin ein Jahr lang, ich muss eben an dieser Masjid vorbeigefahren, ich habe Umweg gemacht, über die Autobahn, dass ich nicht da vorbeifahre, so sehr hat er ihn gekränkt, ein Wort, weil der andere nicht darüber nachdenkt, wir müssen miteinander anders umgehen, dieser Umgang ist so wichtig, ach, als ich den Schach von Sheikh Abdul Azzaq al-Badr gehört habe, über diesen Hadith, den ich nicht so 21 wieder geben kann, weil als würden wir eine Stunde hier sitzen, ach, ich habe mir gedacht, subhanallah, ich weiß nicht, das war so vor, lass mich nicht lügen, sieben Jahren, acht Jahre, ach, ich habe mir selber gedacht, wie viele Jahre habe ich im Islam falsch geangelt, ich habe nicht darüber nachgedacht, manchen Menschen hat man so abweisend behandelt oder zu manchen hat man Dinge gesagt, die man nicht überlegt hat, ich habe mir gedacht, was denkst du, wie viele Menschen ich geschadet habe durch meine Zunge, meine Hand, ich sage, Bruder, wir fressen so das Fleisch der Muslime, ohne darüber nachzudenken, weil wenn du über deinen Bruder lästert, ist es wie, als würdest du dein totes Fleisch essen, noch schlimmer, über Großgelehrten, über Gelehrten, über Schuyuch, über Duat, ein Bruder strengt sich für die Religion an, es gibt Leute, die lassen, Bruder, ich kriege manchmal so Sachen, wo ich mir denke, eine Schwester schreibt mir, ja, Bruder, so, 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 die Schwestern reden, so und so, ich habe gesagt, guck, ich habe keine Zeit, bitte lass mich mal in Ruhe, wer sich damit beschäftigt, ist selber schuld, ist selber schuld, ich komme in mein Grab, was soll ich bringen, wie wir uns beschäftigt haben, über A und B, ich möchte mich selber beschäftigen, beschäftigen, guck mal, ich gebe euch einen guten Rat, Achi, egal wer zu dir kommt, und er will mit dir über diese Leute reden, oder über irgendjemand, sag Bruder, Achi, lass mich mit zwei der Karabäten, weiß ich hatte vorgerade, wende es ab, wir müssen es abwenden, wir müssen es abwenden, Achi, das kostet uns Zeit und Taten, und wieder haben wir viel Zeit, noch haben wir genug Taten, seien wir ehrlich, guck mal, ich kenne keinen, ich kenne keinen von euch, so zu 100%, vielleicht ein paar Brüder, ein paar Jungs, aber, Bruder, wir haben nicht genug Taten, die Umar hat nicht genug Taten, wir wissen das, Leute, wir wissen das, wir wissen, unsere Taten sind, ja ne, wenn du siehst, was die Umar so an sich macht, jetzt auch außerhalb Ramadan, manche auch im Ramadan, so, wir wissen ganz genau, ach, die Taten sind so raab, so raab, oder, wir haben wieder Zeit, noch Taten, und wir tun so, als hätten wir von beiden genug, wisst ihr warum, weil wir denken, Allah rafur rahim, das ist unser Problem, Allah rafur rahim, aber Alia bleib ruhig, alles gut, Allah ist halt vergib, barmherzig, der vergibt doch alles, und der ist barmherzig, Sahaba radiyallahu anhu, haben mehr gemacht, deswegen, weil Sahaba haben Angst gehabt, dass das nicht reicht, wir denken, es reicht, und es wird schon vergeben, wird schon reichen, wird schon gut gehen, und dann kommt der Todesengel, und dann siehst du Sachen vor dir, und dann denkst du dir, oh mein Gott, und dann kommst du in den Grab, dann siehst du da Sachen vor dir, dann denkst du dir nochmal, oh mein Gott, aber ich kann dir keiner helfen, es tut mir leid, es kann, es kann keiner dir in diesem Moment, helfen, Bruder, nicht diese Omra, davor die Omra, beispielsweise drei Brüder, Beerdigung, letzten Tag, Asrgebet, Salat al-Djenazah, haben wir die Djenazah getragen, 16, 17 Mal, wir tragen die Djenazah bis in den Friedhof rein, legen wir die Djenazah hin, sind 30, 40 Mal, alle die Djenazah, dann Erde, 15 Mal, nachdem die Erde drauf war, drei, danach gehen wir weg, und ich sag zu dem Bruder, boah, das hat mich sehr, selber sehr, sehr berührt, ich hab gesagt, guck mal, jetzt ist der alleine, jetzt kann ihm keiner helfen, egal ob der reich war, ob der wissend war, ob der was, egal, das kann ihm keiner helfen, wisst ihr, wie dieser Zustand mir selber Angst macht, weil, guck mal, wir sind jetzt hier sehr viele, aber wenn ich begraben werde, ich bin alleine, wenn ich vor Allah stehen werde, ich bin alleine, Bruder, er wird mich fragen, Hamza, was hast du gemacht, warum hast du es gesagt, warum hast du so gehandelt, wo ist dein Gebet, wo ist das, wo ist das, also muss ich mich schon nur mit mir selber befassen, woher die Zeit, was ein Abdelhamid, oder ein Ebuzo, oder ein Ebuzo gemacht hat, woher die Zeit, Bruder, ich mein, ich weiss, der Bruder ist sehr hübsch, und die Leute beschäftigen sich mit dir immer, weiss du, aus dem Grund, der Bruder starrt, Alhamdulillah, möge Allah, sie segnen nach ihr, und uns gemeinsam ins Paradies bringen lassen, achtet auf eure Geschwister, seid mit euren Geschwistern gut, ich gebe euch ein Hadith zum Schluss, warum, darum liebe ich diesen Mann auch so sehr, und die Geschwister, die mit mir sind, weil am Yom al-Qiyama, wird ein Mann ins Paradies kommen, dann sieht er sein Paradies, sein Jannah, sein Palast, sein Garten, dann wird er sagen, ja Allah, wo ist er, wo ist mein Freund, mein Freund auf der Erde, jetzt Abdelhamid kommt in Jannah, er wird sagen, wo ist Abu Ali, ja ich war noch mal mit ihm unterwegs, wo ist er, da wird Allah sagen, Abu Ali ist in der Hölle, hat nicht gereicht, kann mir passieren Bruder, wir können uns alle vor der Hölle beschützen, dann wird Abdelhamid sagen, ja Allah, ich werde nicht erzufrieden sein, in dieser Jannah, ohne mein Freund, dann wird Allah sagen, hol ihn aus der Hölle raus, dann kommt dieser Mann raus, dieser Freund, und hat überall Zeichen, von Verbrennungen, die Leute, die von Jehennem in Jannah kommen, die werden gewaschen, dann haben die so Markierungen, die Leute gehen und sagen, hey, du warst in Jehennem, wie kamst du in Jannah, hast du jemanden in deiner Familie, der Schahid war, und der hat für dich gerufen, der wird sagen, nein, hast du viele Taten gehabt, der wird sagen, nein, der wird sagen, was hat dich denn hier hingebracht, sagen, ich habe einen Freund gehabt, der hat nach mir gerufen, woher die Zeit, dass ich mich mit X und 8, lieber, ich verbrüder mich mit jemandem, und ich bin mit dem Bruder, und achte auf meinen Bruder, weil es kann sein, dass der der Grund ist, warum ich dann von der Hölle ins Paradies komme, weil die sagen, boah, ich will mit meinem Bruder sein, das liebe Geschwister, was ich euch mitgeben wollte, möge Allah subhanahu ta'ala von uns annehmen, und möge Allah subhanahu ta'ala uns vergeben, wenn ich was falsch gesagt habe, ist das nur von mir Schaitan, wenn ich...